Dieses Video stellt 10 Arten vor, wie man mit relativ wenig Aufwand Bildmaterial für Erklärvideos erstellen kann. Bei den meisten Arten bereite ich vorher einen Text von 300 bis 400 Wörtern vor und mache nachher noch Tonaufnahmen und schneide dann alles im Schnittprogramm aufeinander. Zunächst einmal schauen wir vier grundlegende Technologien an. Das Malprogramm, die Folienanimation, die Whiteboard-App und die Legetechnik. Die meisten meiner Filme entstehen im Malprogramm mit Replay-Funktion. Ich pinsele jeweils passende Bilder auf meinem Tablet herunter und exportiere dann das Replay, also die Entstehung des Bildes, als Film. Jetzt habe ich ein Bild, das sich Strich für Strich aufbaut, was spannend anzuschauen ist. PowerPoint und Apple Keynote eignen sich gut als Animationsprogramme. Ich kann Bilder und Diagramme zeigen, Text und Pfeile hinzufügen und Illustrationen mit Effekten animieren. Den fertig animierten Foliensatz kann ich als Video ins Schnittprogramm exportieren. Whiteboard-Apps sind so etwas wie einfache Malprogramme für Unterrichtsszenarien. Sie sind bestens geeignet, um Dinge zu annotieren und Lösungsschritte vorzuzeigen. Ich kann Zeichnungen und Bilder vorbereiten und dann eine Aufzeichnung starten, bei der ich gleichzeitig male und spreche. Bei der Legetechnik schneide ich Figuren aus Papier aus und schiebe sie auf einem Tisch umher. Das ist bei Studierenden als Technik beliebt, da man sich die Arbeit gut aufteilen kann, sowohl beim Herstellen als auch beim Aufnehmen. Jemand liest den Text, jemand hält die Kamera, jemand schiebt. Damit hat man mit einem geringen technischen Aufwand gleich alles im Kasten. Jetzt schauen wir uns noch sechs Variationen und Erweiterungen an. Interview, Folieninterview, Talking Head, Screencast, Standbildfilm und Greenscreen. Man kann natürlich Menschen auch einfach so filmen beim Sprechen. Ist das nicht langweilig? Ja, manchmal schon. Schaut sich keiner an, oder? Doch, wenn es gut gemacht ist oder wenn es wichtig ist. Echt? Oder wenn man eine Prüfung drüber hat. Und wenn nicht? Dann ist ein Interview wahrscheinlich spannender. So, so ein Interview? Man kann natürlich auch Studierendenfragen beantworten. Das ist dann für beide Seiten meist sehr anregend. Ah, ja. Ich kann auch Interviews zu Präsentationsfolien machen. Und dann stelle ich einfach Fragen zu den Folien? Ja. Und du antwortest dann? Ja, genau. Und wir zeichnen live auf. Das geht am schnellsten und Folienprogramme haben meist eine eingebaute Aufnahmefunktion. Und was, wenn man sich verhaspelt? Verhaspelt. Wir können auch den Ton separat aufnehmen. Das ist entspannter. Oder im Schnittprogramm dann einfach die Fehler rausschneiden. Talking Head ist, wenn man sich beim Sprechen filmt und dann den Kopf einblendet. Dafür gibt es im Schnittprogramm spezielle Funktionen. Das kann die Aussage unterstützen und das Video lebendiger gestalten. Bei einem Screencast macht mein Computer ein Video davon, wie ich ein Programm bediene. Damit kann ich zeigen, wie Software funktioniert. Oder ich kann Software verwenden, um Inhalte zu vermitteln. Beim Standbildfilm unterbreche ich einen Realfilm mit Standbildern, auf welchen ich Dinge erkläre. Ich exportiere dazu aus dem Schnittprogramm ein Standbild ins Malprogramm, male darauf herum und schneide das Replay wieder in den Film hinein. Schließlich kann ich mit Bluescreen oder Greenscreen verschiedene Techniken kombinieren. Zum Beispiel mache ich Credits, Einblender und Gliederungen, oft mit Apple Keynote auf grünem Hintergrund und lege das im Schnittprogramm über den Film. Das ist schnell und flexibel und auch im Nachhinein gut anpassbar. Ich hoffe jetzt, bei den 10 Techniken ist etwas dabei, was für dich und deine Anwendung passt. Malprogramm, Folienprogramm, Whiteboard-App, Legetechnik, sowie dann Interview, Folieninterview, Talking Head, Screencast, Standbildfilm und oder Greenscreen. Malprogramm, Whiteboard-App